2004. Die Raumsonde Cassini nähert sich dem Planeten Saturn mit seinen Ringen und den 56 Monden. Dort entdeckt sie etwas fast Unvorstellbares. Bedingungen, unter denen Leben möglich wäre. Wenn schon in unserer Nachbarschaft Leben existieren könnte, was erwartet uns dann in der nächsten Galaxie? Auf einem erdähnlichen Planeten? Jahrtausende lang haben wir Menschen zum Himmel geblickt und uns gefragt, ob wir allein im Universum sind. Heute sind wir der Antwort näher als je zuvor. Manche Wissenschaftler glauben, dass wir unsere außerirdischen Vettern bereits in naher Zukunft kennenlernen werden. Ich hoffe in den nächsten zehn Jahren. Von mir aus schon nächste Woche. Je früher, desto besser. Möglicherweise werden sich diese außerirdischen nicht auf fernen Planeten in unerforschten Galaxien finden, sondern gleich um die Ecke, in unserem eigenen Sonnensystem. Wissenschaftler möchten beweisen, dass außerirdisches Leben selbst in gänzlich lebensfeindlichen Welten möglich ist. Wir begeben uns nun auf eine Reise zu sieben Orten unseres Sonnensystems, um herauszufinden, wo diese Wesen leben und wie sie aussehen könnten. Diese fremden Welten sind unvorstellbar abweisend. Leben, wie wir es kennen, würde hier in Sekundenschnelle verlöschen. Doch extraterrestrische Lebensformen sind vielleicht zäher, als wir glauben, wie eine erstaunliche Gruppe von Organismen auf der Erde beweist. Bis vor wenigen Jahrzehnten hielten wir unseren Planeten noch für einzigartig. Bis heute kennen wir keinen anderen, auf dem sich Millionen von Arten entwickeln konnten, dank reichlich Sonnenschein, warmem Wasser und einer schützenden Atmosphäre. Hieraus folgerten wir, dass all dies Voraussetzung für jegliches Leben sei. Eine Logik, die alle anderen bekannten Welten unseres Sonnensystems ausschloss. Doch dann begannen Biologen einige der dunkelsten und kältesten Orte der Erde zu erforschen. Und zu ihrer Überraschung fanden sie lebende, atmende Wesen. Biologen sprechen in diesem Zusammenhang von extremophilen Organismen. Einige brauchen weder Licht noch Sauerstoff. Andere überleben unter enormem atmosphärischem Druck. Wie es scheint, kann Leben praktisch überall entstehen. Nehmen wir beispielsweise die Antarktis. Nach jahrelanger Forschungsarbeit zweifelten die Wissenschaftler an der Existenz jeglichen Lebens in dieser öden Eislandschaft. Doch 1999 nahmen Forscher zwei Meter unter dem Eis eine Gesteinsprobe und machten eine erstaunliche Entdeckung. Als sie den Stein aufbrachen, wimmelte es darin von Mikroorganismen. Bei Temperaturen von minus 56 Grad Celsius hat es sich tief unter der harten Eisdecke Leben entwickelt. Die Biologen finden immer öfter Lebewesen, natürlich keine Kängurus, sondern einfache Lebensformen, die sehr niedrigen oder hohen Temperaturen, starken Druck und mancherorts sogar einer hohen Strahlenbelastung standhalten können. Wie es scheint, ist die Vielfalt der möglichen Lebensräume auf unserem Planeten größer als gedacht. Und wenn Leben unter solch extremen Bedingungen nicht nur auf der Erde, sondern auch anderswo in unserem Sonnensystem möglich wäre? Stellen Sie sich das vor. Wenn unser Sonnensystem oder unser Planet nicht irgendwelche wundersamen Eigenschaften aufweist, dann muss das Leben etwas ganz Alltägliches sein. Dann muss es unzählige beliebte Welten geben, von denen einige auch intelligentes Leben beherbergen könnten. Am Anfang war alles Leben extremophil. Damals war unsere Erde ebenso lebensfeindlich wie andere Planeten. Im Laufe der ersten Jahrmilliarde ihrer Existenz trommelte ohne Unterlass kosmischer Müll auf die Erde ein. Die Einschläge verwandelten die Erdoberfläche in ein glühend heißes Inferno, in dem jegliches Leben unmöglich war. Doch als sich das Sonnensystem beruhigte und die Erde abzukühlen begann, zeigte sich Wasser. Die Voraussetzung für Leben. 1953 bewies der Wissenschaftler Stanley Miller in einem Laborexperiment, wie einfach der Beginn des Lebens auf der Erde war. Er mischte Wasser mit Wasserstoff, Methan und Ammoniak, die Substanzen der frühen Erdatmosphäre. Dann setzte er seine Lösung elektrischen Entladungen aus, die Gewitterblitze simulieren sollten. Seine Ergebnisse erregten weltweit Aufsehen. Miller hatte organische Moleküle produziert, sogenannte Aminosäuren, die Bausteine der Proteine und damit allen Lebens sind. Wenn Blitze also auf der Erde Leben schufen, könnten sie dies nicht auch auf anderen Planeten getan haben? Inzwischen haben Weltraumsonden die Substanzen aus Millers Experiment überall in unserem Sonnensystem gefunden. So wie einen Grundbaustein des Lebens. Eine der Voraussetzungen für jegliche bekannte Lebensform auf der Erde ist flüssiges Wasser. Bei unserer Suche nach bewohnbaren Himmelskörpern haben wir uns daher von Hinweisen auf flüssiges Wasser leiten lassen. Wir werden auf unserer Reise sieben Welten besuchen. Einige davon verfügen vielleicht über Wasser. Nach Ansicht von Wissenschaftlern könnten sie außerirdisches Leben bergen. Dieses Leben könnte ähnlich wie auf der Erde begonnen haben. Doch wie es heute aussieht, lässt sich nur vermuten. Unsere erste Etappe ist eine Welt, die unsere Fantasie seit jeher beflügelt hat. Unser Nachbarplanet Mars. Von allen Planeten, auf denen wir nach Leben gesucht haben, ist er der am meisten Erforschte. Steve Squires leitet die Mars-Rover-Mission der NASA und wird die Mars-Bewohner vielleicht als Erste zu Gesicht bekommen. Der Mars hat die Menschen schon immer besonders fasziniert. Wir wissen seit langem genug über diesen Planeten, um sagen zu können, dass er der Erde wohl am ähnlichsten ist. Seine Atmosphäre und die Jahreszeiten mögen erdähnlich sein. Doch wir Menschen würden auf dem Mars schnell sterben. Denn die Luft ist dünn. Der Luftdruck beträgt nur ein Hundertstel des irdischen Luftdrucks auf Meereshöhe. Zudem liegt seine Umlaufbahn ungünstig in der Nähe eines Asteroidengürtels. Die Atmosphäre des Mars ist zu dünn, um ihn zu schützen. Und so wird seine Oberfläche fortwährend von Asteroiden bombardiert. Heftige Winde verursachen Sandstürme, die wochenlang auf dem gesamten Planeten wüten und bis zu acht Kilometer hohe Tornados erzeugen. Während mittags am Äquator noch null Grad herrschen, fallen die Temperaturen nachts auf minus 70 Grad. David Grinspoon ist Kurator für Astrobiologie am Museum für Natur und Wissenschaft in Denver. Er führt die marsianische Kälte auf die geringe Größe des Planeten zurück. Wenn ich mir an einem kalten Morgen einen Kaffee hole, weiß ich, dass ein kleiner Espresso viel schneller abkühlt als ein großer Kaffee. Große Objekte bleiben länger warm, weil ihr Kern durch die abkühlende äußere Schicht geschützt ist. Planeten bilden da keine Ausnahme. Ein kleiner Planet kühlt relativ schnell ab, während ein großer Planet wie die Erde über Jahrmilliarden hinweg warm bleibt, sodass Leben hier sehr viel wahrscheinlicher ist. Trotz dieser Nachteile hat der Mars die Wissenschaft seit jeher fasziniert, denn seine Oberfläche scheint auf eine mögliche Existenz von Leben hinzuweisen. Seine Landschaft aus Bergen, Vulkanen und tiefen Schluchten ist unserer Erde nicht unähnlich. Die frühen Astronomen meinten, in diesen Anzeichen Ozeane und Flüsse zu erkennen. Und sogar ein Kanalsystem, von dem angenommen wurde, dass es von Lebewesen erbaut und genutzt wurde. Der Amerikaner Percival Lowell beobachtete sie und folgerte, dass diese geradlinigen und geometrischen Formen nur das Produkt intelligenten Lebens sein konnten. Und er hatte Recht. Das Problem war nur, dass sich dieses intelligente Leben am falschen Ende des Teleskops befand. Das menschliche Gehirn stellte bei der Betrachtung dieser Phänomene Verbindungen her, die in Wirklichkeit nicht vorhanden waren. Lowell war nicht der Einzige. Einige Wissenschaftler waren tief beeindruckt, als die Raumsonde Viking 1 dieses Bild zur Erde sandte. War das ein menschliches Gesicht? Vielleicht von Marsmenschen nach ihrem eigenen Ebenbild geschaffen? Bei unserem Flug über die Marsoberfläche erleben wir, wie sich diese geheimnisvollen Phänomene in etwas ganz Alltägliches verwandeln. Wir werden vielleicht nie auf Marsbewohner treffen, die solch monumentale Werke erschaffen könnten. Doch das heißt noch nicht, dass es auf dem roten Planeten kein Leben gibt. Bis vor kurzem hatten wir noch keine Ahnung, wo es in unserem Sonnensystem extraterrestrisches Leben geben könnte. Doch wir wussten immer, wie diese Außerirdischen aussehen würden. Normalerweise tragen unsere Außerirdischen menschenähnliche Züge. Ob feindselig oder liebenswert, sie wirken zumeist wie Mutanten von uns Menschen. Zwei Arme, zwei Beine, Nase, Mund und kein Sinn für Humor. So sieht das Kino die Außerirdischen. Als Chefastronom des Kalifornischen SETI-Instituts hat Seth Shostak es sich zur Aufgabe gemacht, auf die Radiosignale einer fernen außerirdischen Zivilisation zu horchen. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie aussehen wie wir, denken wie wir oder gar eine Sprache haben. Die Vielfalt des Lebens auf der Erde zeigt uns, dass die Natur ganz verschiedene Lebensformen entwickeln kann. Doch angenommen, es gäbe Leben auf dem Mars, wie könnte es unter solch extremen Bedingungen überleben? Seit den 60er Jahren haben Wissenschaftler Dutzende von Sonden auf den roten Planeten geschickt. Die ersten Bilder der öden Marslandschaft machten jedoch alle Hoffnungen auf intelligentes Leben schnell zunichte. Aber dann machten die Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung. Zwar findet sich kein Hinweis auf künstliche Marskanäle, doch es gibt Anzeichen dafür, dass es auf dem Mars Wasser gegeben haben könnte. Manche glauben, dass der bedrohliche rote Planet einst blau gewesen sein könnte. Vor dreieinhalb oder vier Milliarden Jahren besaß der Mars eine dickere Atmosphäre. Und an seiner Oberfläche gab es eindeutig Wasser. Vielleicht entwickelte sich auch Leben, das sich später auf die veränderten Bedingungen einstellen musste. Diese Lebewesen könnten sich angepasst und dank unterirdischer Wasserreserven überlebt haben. Es wurden unter anderem schmale Rinnen an den Wänden der Krater entdeckt. Und es gibt Hinweise darauf, dass einige dieser Rinnen erst in den letzten Jahren entstanden sind. Doch ohne Oberflächenwasser, mit arktischen Temperaturen und einer ultradünnen Atmosphäre, ist der Mars ein Planet, auf dem sich nur ganz bestimmte Lebewesen wohlfühlen könnten. Extremophile. Extremophile Organismen gedeihen selbst an den lebensfeindlichsten Orten. Um herauszufinden, wo sie sich auf dem Mars verstecken könnten, nehmen wir Kurs auf die Valles Marineris. Dieser weitläufige Grabenbruch an der Marsoberfläche ist mancherorts 20 Mal breiter als der Grand Canyon und so tief wie der Mount Everest hoch ist. Sehen könnten einst dieses Tal geflutet haben. Vielleicht haben sie Leben beherbergt. Als das Wasser verschwand, könnten sich die Lebewesen an die härteren Bedingungen angepasst haben. Wir werden nichts über diese Extremophilen erfahren, bis wir sie gefunden haben. Doch sie könnten Lebewesen ähneln, die an extremen Orten der Erde existieren. Ein neuer Wissenschaftszweig, die Astrobiologie, erforscht Lebensformen auf der Erde, die es auch im Weltraum geben könnte. Der Astrobiologe Rocco Mancinelli ist auf der Suche nach Extremophilen auf dem Mars. Wenn ein Teil des Wassers unter die Oberfläche trat, was ist dann aus ihm geworden? Es sammelte sich in Sohletaschen. Und welche Organismen können in einer Sohletasche überleben? Salzliebende Organismen. Der Astrobiologe Chris McKay glaubt zu wissen, welche Art von Salzliebenden Organismen auf dem Mars überleben könnten. Lebewesen, wie er sie an einem der trockensten und salzigsten Orte der Erde gefunden hat. Lebewesen auf dem Mars sind mit derselben Herausforderung wie das Leben hier im Death Valley konfrontiert, der Trockenheit. Sie erfordert einen hohen Anpassungsgrad. Vor tausenden von Jahren war das Death Valley ähnlich wie die Mariner-Täler auf dem Mars von einem Salzsee bedeckt. Dieser Ort wirkt vollkommen leblos. Ein flacher, weißer, leerer Horizont. Aber gleich unter der Oberfläche finden sich Schichten, in denen Algen und Bakterien gedeihen. Sie leben in einer Umgebung, die sich in vieler Hinsicht grundlegend von unserem Lebensraum unterscheidet. Dieser Ort scheint leblos und tot zu sein. Doch wenn wir unter die Oberfläche schauen, finden wir Leben. Unter dem Salz liegt eine Schicht widerstandsfähiger grüner Algen, die von dem wenigen Wasser und Licht leben, das unter die Oberfläche dringt. Die Algen bilden ihrerseits die Existenzgrundlage für salzliebende Mikroorganismen. Solche Wüsten oder ausgetrocknete salzige Flussbetten werden wir auch auf dem Mars finden. Salzwüsten sind nicht die einzigen Orte, an denen sich Lebewesen auf dem roten Planeten verstecken könnten. Dort gibt es gewaltige Vulkane, von denen manche fünf bis sechs Mal größer als die Vulkane der Erde sind. Die Astrobiologin Penny Boston erforscht die Höhlen, die entstehen können, wenn ein Lava-Fluss versiegt. Sogenannte Lava-Röhren. Bis vor kurzem gingen Wissenschaftler davon aus, dass es in diesen Lava-Röhren kein Leben geben könne. In ihr Inneres dringt kein Sonnenlicht und ohne Sonnenlicht keine Photosynthese. Doch in den Lava-Röhren unweit von Albuquerque in New Mexico hat Boston Anzeichen extremen Lebens gefunden. Wir wissen, dass es auf dem Mars viele Lava-Röhren gibt. Hier können wir nun erforschen, wie sie sich gebildet haben und welche Organismen in ihnen leben. Die von Boston entdeckten Extremophilen scheinen sich hier wohlzufühlen. Sie leben von Mineralien in der Höhlenwand. Betrachten wir die Wand aus der Nähe, erkennen wir diese weißen Flecken, die sich auf dem schwarzen Basalt ausbreiten. Jeder dieser Flecken ist sozusagen eine Großstadt von Mikroorganismen. Sie siedeln sich in den kleinen Vertiefungen im Basalt an. Diese kleinen Dinger sind perfekt an die eisigen Temperaturen angepasst. Sie sehen nie das Licht und finden ihre Nahrung in ihrer Umgebung. Gibt es ähnliche Lebewesen auch in den Höhlen unter den Vulkanfeldern auf dem Mars? Penny Boston geht davon aus. Wir werden dort Leben finden. Ich hoffe nur, dass ich sehr alt werde, damit ich das noch erleben kann. Vielleicht haben wir sogar schon einen ersten Blick auf die Marsbewohner erhascht. Nicht bei unserem Besuch auf ihrem Planeten, sondern weil sie uns besucht haben. Vor 16 Millionen Jahren schlug ein Asteroid auf dem Mars ein und schleuderte einen 2 Kilogramm schweren Stein in den Weltraum. Erstaunlicherweise flog der Stein bis zur Erde und landete in der Antarktis. In seinem Innern fanden die NASA-Wissenschaftler David McKay und Everett Gibson die Umrisse von Fossilien. Wasser hatte kleine Tunnel in das Gestein gegraben. In diesen Tunneln entdeckten McKay und Gibson etwas, das sie für Spuren bakteriellen Lebens halten. Das sind Mikroorganismen. Sie sind tot und versteinert. Und in einigen Fällen sehen wir nicht einmal ihre Formen, sondern nur Abdrücke, die auf ihre Anwesenheit hindeuten. Lebewesen vom Mars? Vielleicht. Unser Team ist sich ziemlich sicher, dass es sich um versteinerte Lebewesen handelt. Noch können wir es nicht beweisen, sodass viele Leute skeptisch bleiben. Doch wir untersuchen weitere Proben und die Ergebnisse sind überzeugend. Wir möchten beweisen, dass es sich tatsächlich um fossiles Leben handelt. Die Jagd hat gerade erst begonnen. Die NASA plant, einen Rover namens Phoenix zum Mars zu schicken. Er soll die Eisdecke des Planeten erforschen und einen Meter unter der Oberfläche Proben entnehmen. Die NASA plant sogar eine bemannte Mars-Mission. Die Astronauten werden sicher nicht auf grüne Männchen, aber vielleicht auf andere Lebensformen stoßen. Wie könnten sie aussehen? Wahrscheinlich wie ein unterirdisch lebendes Wesen, das mit wenig Wasser auskommt. Vielleicht ein Organismus, der von Mineralien lebt, wie jene in den Lavaröhren von New Mexico. Schon der geringste Fund wäre von enormer Bedeutung. Er würde beweisen, dass Leben nicht nur auf der Erde existiert, sondern auch in unserer direkten Nachbarschaft. Wenn Sie sich Mikroorganismen fänden, wäre das höchst interessant. Selbst wenn sie seit Jahrmilliarden tot wären. Damit wäre bewiesen, dass sich Leben auch auf anderen Planeten entwickeln kann. Und wenn unser Nachbarplanet auch Leben entwickelt, wäre es kein seltenes Ereignis und kein Wunder mehr, das ausschließlich auf der Erde geschehen kann. Denn es ist ja wahrscheinlich schon an vielen Orten geschehen. Und der Mars ist nur unsere erste Station. Wir setzen unsere Expedition fort und nehmen Kurs auf noch extremere Orte, an denen jegliches Leben wirklich nicht von dieser Welt wäre. Auf unserer Suche nach extraterrestrischem Leben passieren wir nun den Asteroidengürtel auf der erdabgewandten Seite des Mars. Hier regiert der Jupiter. Doch dieser größte Planet unseres Sonnensystems ist äußerst lebensfeindlich. Aufgrund seiner toxischen Gase und seiner gewaltigen Schwerkraft. Auf dem Jupiter ist es nicht nur sehr kalt. Er hat auch eine Zehntausende von Kilometern dicke Atmosphäre, die unter anderem aus Ammoniak und Methan besteht. Das sind die Substanzen, mit denen sie ihr Barzauber machen. Aber es sind auch über 60 Jupitermonde bekannt. Auf den ersten Blick sind diese Monde für außerirdisches Leben nicht gerade prädestiniert. Ihre Atmosphären sind dünn und es herrscht klirrende Kälte. Auf Kalisto liegen die Temperaturen bei minus 250 Grad Celsius. Die Raumsonden Voyager und Galileo haben an der Oberfläche dieser Monde nicht viel mehr als Eis entdeckt. Mit einer Ausnahme. Io gehört zu den innersten Jupitermonden. Als die NASA 1979 die Raumsonde Voyager 1 zum Io schickte, waren die Astronomen überrascht, an seiner Oberfläche gewaltige Vulkane zu sehen. Io ist der vulkanisch aktivste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. An seiner Oberfläche wird ständig vulkanisches Material ausgestoßen. Was also treibt den Vulkanismus dieses frostigen Mondes an? Erstaunlicherweise ist es die immense Schwerkraft des Jupiter. Die Monde werden von dem starken Gravitationsfeld des gewaltigen Planeten angezogen. Je näher der Mond, desto stärker wirkt diese Kraft, sodass sein Gesteinsmantel gleichsam gedehnt wird. Aber einige dieser Monde haben elliptische Umlaufbahnen. Wenn sie sich also Jupiter nähern, dehnt sich ihre Kruste in seine Richtung. Sobald sie sich wieder entfernen, nimmt die Kruste wieder ihre runde Form an. Durch diese fortwährende Gezeitenbewegung wird tief im Innern des Mondes Reibungshitze erzeugt. Das ist so, als würden zwei Stöckchen aneinander gerieben, um ein Feuer zu entfachen. Die Gravitation des Jupiter erhitzt Io von innen. Vulkanische Gase und fehlendes Wasser machen diesen Mond zu einer lebensfeindlichen Umgebung. Die anderen großen Jupitermonde haben durch ihre größere Distanz zu dem Planeten eine ruhige Oberfläche, sind ihm aber nah genug, um durch seine Schwerkraft von innen erwärmt zu werden. Drei von ihnen sind besonders vielversprechende Kandidaten für außerirdisches Leben. Callisto hält die größte Distanz zu dem gewaltigen Planeten. Callistos Oberfläche sieht aus wie die unseres eigenen Mondes. Sie ist mit unzähligen Einschlagkratern von Asteroiden übersät. Durch diese Einschläge ist vielleicht das Oberflächeneis für kurze Zeit geschmolzen, sodass sich Leben ansiedeln konnte. Doch 1998 entdeckte die Raumsonde Galileo tief unter Callistos Oberfläche eine weitaus wahrscheinlichere Wärmequelle. Radioaktives Gestein und enormer Druck in seinem Kern erzeugen Hitze, die Callistos Eiskruste von unten schmelzen lässt. Möglicherweise ist so ein verborgener Ozean entstanden. Und das wiederum könnte heißen, verborgenes Leben. In geringerer Entfernung zum Jupiter stoßen wir auf seinen größten Mond. Ganymede. Ganymede ist ebenfalls mit Einschlagkratern übersät, deren Ränder an seiner Oberfläche wie eine Art Reifenprofil hervortreten. Diese hellen Flecken sind Krater mit einem Durchmesser von bis zu fünf Kilometern, die wahrscheinlich mit Eis überzogen sind. Doch diese Aufnahmen enthalten faszinierende Hinweise auf mögliches Leben. Sie zeigen fließende Gletscher. Ganymedes bewegliche Gletscher ähneln denen auf der Erde und könnten ein Hinweis auf innere Hitze sein. Ganymede könnte daher genau wie Callisto einen verborgenen Ozean besitzen, der unter einer bis zu 200 Kilometer dicken Eisschicht begraben liegt. Der dritte Mond dieser Reiseetappe ist der faszinierendste. Sein Name ist Europa und er ist im Jupiter von allen drei Monden am nächsten. Diese Nähe zu dem gewaltigen Planeten könnte bedeuten, dass Europas Kern sehr heiß ist. Viel heißer als die Kerne von Callisto oder Ganymede. Europas Oberfläche dagegen ist kalt. Diese Kombination erhöht die Wahrscheinlichkeit von Leben, denn dazwischen könnte eine gemäßigte Zone liegen. Europas dicke Eiskruste ist von mächtigen Spalten durchzogen, ein Zeichen, dass das Eis ständig in Bewegung ist. Auf unserem eigenen Planeten finden sich ganz ähnliche Spalten, in der Eisdecke des Nordpolarmeers. Europas Eiskruste könnte also den größten Ozean des Sonnensystems bedecken, doppelt so groß wie alle Meere der Erde zusammen. Europas zur Furchte Eisdecke ist ein starkes Indiz für die Existenz von flüssigem Wasser außerhalb unseres Planeten. Dieses Wasser könnte unsere Chance sein, außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem zu finden. Wenn es diese Ozeane gibt, und die Chancen dafür stehen ziemlich gut, dann existieren sie seit mindestens vier Milliarden Jahren. Könnte sich in so langer Zeit Leben entwickelt haben? Mir scheint das sehr wahrscheinlich. Europas Ozean ist ein ebenso guter Lebensraum für Organismen wie die Ozeane hier bei uns auf der Erde. Wahrscheinlich könnten unsere Meeresbewohner sogar in Europas Ozean überleben. Andererseits, Europas Meere wären sehr kalt und vielleicht sogar schlammig. Zudem verhindert eine bis zu 15 Kilometer dicke Eisdecke das Eindringen von Sonnenlicht. Deshalb hätte die Wissenschaft Leben auf Europa nie für möglich gehalten, wäre da nicht eine revolutionäre Entdeckung an der Küste von Ecuador. Kilometer tief im Pazifik fanden Biologen große Populationen von Röhrenwürmern, Krebsen und sogar Tintenfischen. Diese Tiere überleben hier trotz völliger Dunkelheit, extremer Kälte und enormen Wasserdrucks. Sie ernähren sich von Bakterien, die keine Sonne als Energiequelle benötigen, sondern von chemischen Stoffen aus unterseeischen Geysieren leben. Ähnliche Heißwasserausbrüche, auf denen eine eigene Nahrungskette aufbaut, könnte es auch auf Europa geben. Um dies herauszufinden, planen die NASA-Wissenschaftler die Entsendung einer Landekapsel auf Europas Oberfläche. Einige möchten sogar einen Kryobot einsetzen, eine Sonde, die sich durch das Eis hindurch arbeitet, um die darunterliegende Flüssigkeit zu erforschen. Das wäre kein großes Problem. Das Eis bräuchte nur zu schmelzen. Allerdings sprechen wir hier nicht bloß über 100 Meter, sondern über rund 20 Kilometer. Man müsste eine Leine mit einer Videokamera und einer Lampe hinablassen, um sich dort umzuschauen. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sich einfache Organismen in diesem Ozean weiterentwickelt haben. Möglicherweise fänden sich sogar höher entwickelte Lebensformen ähnlich unseren eigenen Meeresbewohnern. Wahrscheinlich jedoch würden wir auf Mikroorganismen stoßen, aber selbst die würden unsere Vorstellung von der Entstehung und Evolution des Lebens grundlegend verändern. Europa war vergleichsweise warm. Doch wie sieht es auf den kältesten Himmelskörpern aus? Oder in Seen voller toxischer Chemikalien? Auf unserer Reise in weiter entfernte Regionen des Universums werden wir solche Welten kennenlernen. Unser nächstes Ziel liegt Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und damit von Licht und Wärme. Wir fliegen am Jupiter vorbei und nehmen Kurs auf den zweitgrößten Planeten unseres Sonnensystems. Auf unserer Suche nach außerirdischem Leben passieren wir den Saturn. Wir sehen die wirbelnden Gase, die seine Atmosphäre vergiften. Und wir spüren seine Gravitation, schwächer als die des Jupiters, aber dennoch gewaltig. Wir setzen unsere Reise fort, denn hier würden wir wohl kaum Leben finden. Die Ringe des Saturn sind ebenfalls extrem lebensfeindlich. Sie bestehen aus Gestein und Eis, klein wie ein Zuckerkorn oder groß wie ein Haus. Doch der Saturn hat viele Monde. Bis dato wurden 56 entdeckt. Einer dieser Monde ist das nächste Ziel unserer Reise. Ein winziger, kalter Satellit namens Enceladus mit einem Durchmesser von nur 500 Kilometern. Hier ist die Gravitation sehr schwach, nur ein Bruchteil der Schwerkraft auf der Erde. Enceladus hat nur eine sehr dünne Atmosphäre. Er reflektiert praktisch das gesamte Sonnenlicht zurück in den Weltraum und ist dadurch der hellste Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Bis vor kurzem ging die Forschung davon aus, dass es auf Enceladus zu kalt für jegliches Leben sei. Offenbar war dies ein Irrtum. 2005 näherte sich die Raumsonde Cassini nach einer siebenjährigen Reise dem winzigen Mond und entdeckte etwas, das die Missionsleiterin Carolyn Porco verblüffte. Das ist die Aufnahme, die uns einfach sprachlos machte. Dies sind die Wasserfahnen eines Geysiers. Das heiße Wasser und der Dampf des Geysiers treffen auf das kalte Vakuum und schießen als Eisfontäne in den Weltraum. Da sie von keiner Gravitation zurückgehalten wird, kann die Eiswolke die Größe des Mondes erreichen. Porco hatte nie zuvor etwas Vergleichbares gesehen. Ein Himmelskörper wie Enceladus ist der Traum eines jeden Planetenforschers. Diese Geysiere stoßen Fontänen von Wasserdampf und Eispartikeln aus, die noch hunderte von Kilometern über Enceladus Südpol sichtbar sind. Hierfür gibt es nur eine Erklärung. Der winzige kalte Enceladus ist in seinem Innern kochend heiß. Ähnlich wie beim Jupiter werden auch die Monde des Saturn von dessen gewaltigem Gravitationsfeld angezogen, was tief in ihrem Innern Reibungshitze erzeugt. Nach unserem heutigen Wissensstand lässt dies nur die Schlussfolgerung zu, dass es im warmen Innern von Enceladus flüssiges Wasser geben könnte. Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Temperaturen hoch genug sind, um Eis schmelzen zu lassen. Hitze, flüssiges Wasser. Selbst die entferntesten Regionen unseres Sonnensystems verfügen also über die Voraussetzungen für Leben. Doch welche Art von Organismen könnte im heißen Wasser eines Geysiers überleben? Die heißen Quellen auf der Erde geben uns eine Vorstellung davon. Lange wurde davon ausgegangen, dass in den heißen Quellen des Yellowstone-Nationalparks kein Leben existieren könne. Doch dann entdeckten Biologen in diesen Quellen Mikroorganismen, die sich von im Wasser gelösten chemischen Stoffen ernähren. Heute werden sie als Thermophile bezeichnet. Die widerstandsfähigsten unter ihnen können in kochendem Wasser überleben. Könnte es auch auf Enceladus Thermophile geben? Um dies herauszufinden, müssen wir den Trabanten aus der Nähe betrachten. Enceladus-Oberfläche ist zu kalt für jegliches Leben. Hier herrschen Temperaturen von minus 200 Grad Celsius. Doch was ist mit dem heißen Wasser im Inneren des Mondes? In der Eisfontäne über Enceladus hat die Raumsonde Cassini Kohlendioxid und Methan gefunden. Chemische Stoffe, die die Lebensgrundlage für Mikroorganismen bilden, wie die heißen Quellen des Yellowstone-Nationalparks beweisen. Im Inneren dieses Mondes gibt es sehr wahrscheinlich flüssiges Wasser. Zusammen mit der nachweislichen Existenz einfacher organischer Verbindungen und vielen anderen Faktoren macht ihn dies zu einem Himmelskörper von großem astrobiologischem Interesse. Neben Enceladus versetzt auch ein anderer Saturnmond die Astronomen in Erstaunen. Titan. Er ist eigentlich der unwahrscheinlichste Kandidat für außerirdisches Leben. Titan erhält nur äußerst wenig Sonnenlicht, etwa ein Tausendstel der Sonneneinstrahlung der Erde. Weltraumsonden haben auf Titan zwar Eis, aber kein flüssiges Wasser entdeckt. Und bei Temperaturen von minus 200 Grad ist dieses Eis steinhart. Was also könnte Titan zu einer möglichen Umgebung für außerirdisches Leben machen? Tatsächlich ähnelt Titan in vieler Hinsicht der Erde, aber nicht der Erde, wie wir sie heute kennen. Titan ist der faszinierendste Himmelskörper des Saturn-Systems. Seine Oberfläche ist seit langem Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses. Sie ähnelt weniger unserer heutigen Umgebung, als vielmehr dem Zustand der Erde, lange bevor auf unserem Planeten Leben entstand. Titan faszinierte Carolyn Porcos Team so sehr, dass sie 2005 die Landekapsel der Raumsonde Cassini auf dem Saturnmond aufsetzen ließen. Es war die am weitesten entfernte Oberflächenmission, die je durchgeführt wurde. Die Sonde entdeckte nichts weiter als Höhenzüge und Ebenen. Doch als Cassini den Mond später erneut überflog, war eine Uferlinie zu erkennen. Schon bald kamen tausende von Seen ins Bild, von denen zumindest einer größer als die größten nordamerikanischen Seen ist. Erstmals war auf einem anderen Himmelskörper eine Flüssigkeit entdeckt worden. Die Landschaft erinnert an Minnesota, nur dass die Seen nicht aus Wasser, sondern flüssigem Erdgas bestehen. Aber das ist auch eine Flüssigkeit. Das ist kein Schnee, sondern das sind Methanflocken. Genau wie die Erde verfügt Titan über Wetter, das jedoch eher psychedelisch anmutet. Es gibt sogar Hurricanes aus Methan. Was da auf Titan regnet, verdunstet und in Flüssen fließt, ist kein Wasser, sondern Methan. Es verhält sich genau wie unser Wasser hier auf der Erde. Wie es auf Titan aussieht, sehen wir hier, nur dass der Himmel in einen orangenen Dunstschleier gehüllt ist. Das Weiße ist Wassereis, das auf Titan steinhart gefroren ist, und die Flüssigkeit hier, flüssiges Methan. So ähnlich könnte es vor vier Milliarden Jahren auf der Erde ausgesehen haben. Wissenschaftler vermuten daher, dass auch Titan ein Brutkasten des Lebens sein könnte. Chemische Vorgänge finden auch bei diesen kalten Temperaturen statt. Zwar nur sehr langsam, aber Titan hatte immerhin vier Milliarden Jahre Zeit. Vielleicht hat sich in dieser Periode Leben entwickelt. Diese Entwicklung müsste allerdings ohne flüssiges Wasser stattgefunden haben. Ein für uns unbekannter Vorgang. Doch Wissenschaftler schließen das nicht aus. Als Ersatz könnte das auf Titan so reichlich vorhandene Methan gedient haben. Methan wird auf der Erde als Brennstoff verwendet. Und galt lange Zeit als giftig für alle Lebewesen. Doch 1997 untersuchten Forscher Kegel aus Methaneis im Golf von Mexiko. Zu ihrem Erstaunen fanden sie Kolonien von zweieinhalb Zentimeter langen, tausendfüßlerähnlichen Würmern, die in der gefrorenen Substanz gediehen. Es wird angenommen, dass die Würmer Bakterien fressen, die sich von dem Methan ernähren. Viele Stoffe, die wir für tödlich halten, haben das Potenzial für Leben. Wenn die Evolution einen Weg findet, diese Energiequelle zu nutzen und ihre zerstörerische Wirkung auszuschalten, können sie eine reiche Lebensgrundlage bilden. Doch es gibt noch ein weiteres Hindernis für die Entwicklung von Leben auf Titan. Da der Saturnmond nur ein schwaches Magnetfeld besitzt, könnten Lebewesen an seiner Oberfläche kosmischer Strahlung ausgesetzt sein. Doch das ist möglicherweise kein Problem für Extremophile, wie wir sie auf der Erde finden. Biologen haben in der Nähe des zerstörten Atomreaktors von Tschernobyl eine Fülle von Leben entdeckt, das sogar in giftigen, radioaktiv verseuchten Pfützen schwimmt und sich von den zerfallenden Molekülen ernährt. Vielleicht verfügen die Lebensformen auf Titan über dieselben Fähigkeiten. Um auf dem Saturnmond Leben zu finden, müssten wir in seinen Methanseen tauchen, um dort nach toxitoleranten Bakterien zu suchen. Möglicherweise fänden sich auf seiner steinharten Eisdecke sogar Mikroorganismen, die ähnlich wie die Lebewesen von Tschernobyl gegen radioaktive Strahlung resistent sind. Organismen, die sich von Methan ernähren, könnten Wärme abgeben, das Eis schmelzen lassen und so vielleicht eine weitere Quelle des Lebens schaffen. Das Leben auf Titan wäre zweifellos ein seltsames Gebräu. Doch die merkwürdigste Welt, in der Wissenschaftlerleben vermuten, liegt lange nicht so weit von der Erde entfernt. Unsere Suche nach außerirdischem Leben hat uns weit weggeführt. Wir haben kalte Wüsten, verborgene Ozeane und Methanseen besucht. Doch unsere letzte Station ist unter all diesen Welten vielleicht die extremste. Dafür reisen wir zurück in Richtung Heimat und nehmen Kurs auf den Planeten Venus, unseren Nachbarplaneten. Sollte sich hier Leben finden, könnte es fast überall existieren. Um die Oberfläche der Venus zu erreichen, müssen wir durch eine dichte gelbe Wolkenschicht fliegen. Sie ist 65 Kilometer tief und ihre Zusammensetzung hat Ähnlichkeit mit Batteriesäure. Die Atmosphäre ist hier 90 Mal schwerer als die der Erde. Zu schwer für uns Menschen. Am Boden? Erloschene Vulkane und Lavaströme, soweit das Auge reicht. Sie bedecken 85 Prozent der Oberfläche des Planeten. Kaum vorstellbar, dass Venus einst gewaltige Ozeane besaß. Hier hat ein galoppierender Treibhauseffekt stattgefunden. Es wird wärmer, die Ozeane beginnen zu verdunsten und dadurch steigt Wasserdampf in die Luft. Wasserdampf ist ein starkes Treibhausgas, das zu einem galoppierenden Treibhauseffekt führt. Durch das Verdunsten der Meere gelangt CO2 in die Atmosphäre. Das Ergebnis ist dieser sehr heiße Treibhausplanet. Mit Temperaturen von rund 460 Grad Celsius ist Venus sogar heißer als der sonnennächste Planet Merkur. Keine sehr lebensfreundliche Umgebung. Uns bekannte Lebensformen können an der Oberfläche der Venus nicht existieren. Ihre Moleküle würden von den heißen Gasen einfach zerfetzt. Doch wir interessieren uns nicht für die Oberfläche, sondern für die Atmosphäre. 1982 erreichte die sowjetische Raumsonde Venera 14 die Venus. In einer Höhe von 50 Kilometern wurden von ihr Temperaturen gemessen, die weit unter denen an der Oberfläche lagen. Außerdem entdeckte die Sonde Moleküle eines Grundbausteins des Lebens, H2O. Bislang wurde außerirdisches Wasser nur in Form von Eis gefunden. Lediglich in den Wolken über der Venus tritt es als Dampf auf, eine mögliche Quelle des Lebens. Doch die Wolkendecke der Venus besteht zum Großteil aus stark ätzender Schwefelsäure. Schwefel galt lange als absolut lebensfeindliches Element. Doch Wissenschaftler haben Wasserproben mit einem hohen Säuregehalt untersucht, die aus einem kalifornischen Bergwerk stammten. In Schwefelsäure, die stark genug war, um Metall zu ätzen, sich durch Kleidung zu fressen und menschliches Fleisch zu zersetzen, fanden sie Leben. Acidophile Extremophile. Diese Lebewesen ernähren sich von Schwefelverbindungen wie Eisensulfid. Sie fressen das Eisen und scheiden den hochgiftigen Schwefel aus. Gibt es in der Atmosphäre der Venus ähnliche Extremophile? Der Astrobiologe David Grinspoon hält dies für möglich. Vielleicht leben in der Wolkendecke der Venus einige solcher Organismen. Schwefel absorbiert ultraviolettes Licht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zu photochemischen Reaktionen kommt, bei denen chemische Stoffe durch ultraviolettes Licht in einen höheren Energiezustand versetzt werden, indem sie dann als Nahrung dienen. Welche Eigenschaften bräuchten diese außerirdischen Lebewesen? Sie müssten hohe Temperaturen und enormen atmosphärischen Druck aushalten. Und sie müssten in Säurekonzentrationen gedeihen, die für die meisten Lebensformen tödlich sind. Vielleicht wären sie so etwas wie eine widerstandsfähigere Variante der acidophilen Extremophilen aus dem kalifornischen Bergwerk. Häufig finden wir Leben an Orten, die wir für lebensfeindlich hielten. Mit Aussagen wie, das ist unmöglich, es kann in den Wolken der Venus kein Leben geben, sollten wir sehr vorsichtig sein. Sie sind vielleicht nur Ausdruck unserer eigenen Unwissenheit oder unserer beschränkten Fantasie. Die Kreativität der Natur kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Bei unserer Rückkehr zur kühlen blauen Erde mit ihrer üppigen Vegetation wissen wir unsere lebensfreundliche Umwelt wieder zu schätzen. Doch wie wir gelernt haben, kann Leben selbst an den extremsten Orten existieren. Extremophile sind vielleicht so etwas wie die Urform des Lebens im Universum. Und sie könnten sogar die vorherrschende Lebensform sein. Wäre es möglich, dass sie sich aus diesen bescheidenen Anfängen weiterentwickelt haben? Könnte es im Weltraum auch intelligentes Leben geben? Die Wissenschaftler des Kalifornischen SETI-Instituts bemühen sich seit über 40 Jahren, diese Frage zu beantworten. Chef Astronom Seth Schostek ist davon überzeugt, dass er Geräusche von Außerirdischen erkennen würde. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die sich mit Außerirdischen Signalen beschäftigen. Unser größtes Projekt betrifft die Suche nach Radiosignalen. Hierbei richten wir zahlreiche Antennen auf benachbarte Sternsysteme, von denen wir denken, hey, hier könnte es einen Planeten geben, der genau wie die Erde ist. Wir hoffen, auf diese Weise Signale von Außerirdischen zu empfangen, die intelligent genug sind, um einen Sender zu bauen. Es ist eine Reise, die nie von zu Hause wegführt. In letzter Zeit konnten Astronomen genügend Licht von Planeten in fernen Sonnensystemen einfangen, um auf ihre chemische Zusammensetzung zu schließen. Sie fanden Elemente, aus denen sich RNA bilden ließe, einer der Grundbausteine des Lebens auf der Erde. Und im 20 Lichtjahre entfernten Sternbild Waage fanden europäische Astronomen einen Planeten, der warm genug sein könnte, um an seiner Oberfläche flüssiges Wasser zu besitzen. Genau wie die Erde. Derzeit sind vier in den 70er Jahren gestartete Raumsonden unterwegs, zu den entferntesten Regionen unserer Galaxie. Zwei haben eine Karte unseres Sonnensystems an Bord, zusammen mit dem Bild eines Mannes und einer Frau. Zwei weitere Sonden befördern jeweils eine Uranprobe. Anhand ihrer Zerfallsrate lässt sich das Alter der Flugkörper bestimmen. Diese beiden Sonden überbringen außerdem die universellste aller Botschaften. Eine Musikaufnahme mit einer Komposition von Bach. Neuigkeiten sind jedoch nicht so bald zu erwarten, denn diese intergalaktischen Postkarten von der Erde werden 80.000 Jahre brauchen, um den nächsten Stern zu erreichen. Unsere Suche nach außerirdischem Leben hat gerade erst begonnen. Es bleiben noch Milliarden von Planeten zu erforschen, und jeder einzelne von ihnen birgt die faszinierende Möglichkeit des Lebens. Sogar intelligenten Lebens. Angesichts dieser ungeheuren Weite ist es unrealistisch, zu glauben, dass wir die einzigen Lebewesen sind. Die Frage, ob wir allein sind, ist für den Menschen von großer Bedeutung. Diese Frage würde sich jedes denkende Wesen stellen. Irgendwo in einer fernen Galaxie könnte in diesem Moment jemand oder etwas in den Weltraum hinausblicken, die Milchstraße betrachten und sich fragen, gibt es da draußen Leben? Die Milchstraße betrachten und sich fragen,